Hallo Welt, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht beim Chatten stören. Mein Tagesablauf ist sehr klein, denn ich bin, 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 bin. Durchgehend online. Jo Leute, heute ist der Drehtag und wir packen jetzt noch ein paar Sachen da rein und dann geht's gleich ab nach Frankfurt und wir drehen da dann. Lasst euch überraschen und ja. Durchgehend online. Wir drehen jetzt hier die erste Gesangsszene. Wir bauen jetzt gerade die Gleitkammer auf. Sag mal hallo. Hallo. Das ist übrigens Marvin, der macht auch die Kamera und Kamerakammer. Und Alex auch noch, der kommt auch gleich. So und diese beiden da ziehen jetzt gleich so Roboter-Heads auf und laufen dann neben uns zu mir. Ja, Roboter-Shuffling-Heads. Und wir müssen uns jetzt Anzüge anziehen und ja. Gehen wir uns auf die Straße. Los geht's. Oh mein Gott, wer ist das? Oh Gott. Ein Robot. Das ist Spongebob. Ohne Scheiß. Nein, da gibt es ja zwei von denen. Ey Leute, das sieht so geil aus. Eins, zwei, drei. So, wir haben jetzt hier die 10 fertig gedreht mit den Anzügen und mit den Roboter-Heads. Und jetzt geht's zum Hotel und da drehen wir dann, Achtung Auto, da drehen wir dann, was ist das? Da drehen wir dann, ähm, da drehen wir dann, äh, bleh, da drehen wir dann die ganze Zuhause-Szenen und ja, wir haben keine Zeit. Weiter geht's. Ja, das ist unsere, das ist unsere Luxus-Limousine, YouTube-Money-Headers. Die haben wir uns voll bestellt und die sollte auch gleich ankommen. Max, wo sind wir gerade? Wir sind gerade im Hotel. Ich hab keine Ahnung, wie es heißt, aber es ist geil, Mann. Was ist geil? Das Hotel. Und ich. So, und, ähm, ich zeig euch jetzt mal hier so ein bisschen die Aussicht. Wir drehen jetzt nämlich hier. Sieht schon nicht schlecht aus, würde ich mal so sagen. So, zeig euch jetzt mal hier das Zimmer ein bisschen. So ein bisschen YouTube-Crips, wie sind die Room-Tour hier. So, ähm, hier ist das Bad. So, hier geht's jetzt ins Schlaf. Ach, das sind mal hinein. Blick auf den Main. Sieht schon geil aus. Romina. Hallo, ich bin die Romina. Und wir drehen jetzt. Wir drehen jetzt ein Video. Roman. Roman. Äh, ich war ein Romina. Ja? Also, tut dir. Hast du einen Freund? Hey, Kamera, jetzt aus. Jetzt wird gedreht. Du machst deine Kamera jetzt aus. Jetzt kommt der Marvin und seine Kamera. Dann drehen wir hier richtig. Was will ich das tippen? Ich hab, ich hab keine Tippen. Ich komme aus dem Flachland. Ich bin nicht so einer alten Leute. Trink, deswegen macht's doch so eine Flachwitze. Ich hab, ich hab keine Kamera. Hallo, ich kann's so, wie ich hör'n. Du darfst mich nicht beim Chat-In stören. Mein Tag ist ab und auf ist sehr klein. Denn ich bin, 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 bin. Du ist durchgehend online. Du ist durchgehend online. Online, online, du ist durchgehend online. Du ist online, 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 du ist durchgehend online. Das ist jetzt, bis jetzt heute mein dritter Energy-Dwink. Und das liegt einfach daran, und ich glaub, eure, deine auch, oder? Also, ihr habt sicher schon zwei Energy-Dwinks hinter euch, oder? Ja, man. Vier? Ja, das hat aber damit was... Vier? Das hat aber damit was zu tun, weil, äh, die beiden waren gestern feiern. Die haben nur drei Stunden? Die haben nur drei Stunden geschlafen. Und ich, wir haben, Heiko und ich hab auch nicht wenig, äh, auch nicht viel geschlafen. Und, ähm, und geht's auch richtig lang. Und deswegen, das ist unsere, also so Energy-Dwinks sind unsere wichtigste Nahrung für heute. Nahrung. Das ist mal ne Nahrung. Guten Morgen, was geht ab? Mit Facebook beginnt mein Tag. Smartphone raus, Fotos machen. Das sind alles Jugend-Sachen. Meine Mom checks that. Für sie ist alles high-tech. So, wir sind hier grad auf dem Klo von, ähm, vom Hotel, ist ja von der Lobby, also so öffentlich und so. Ähm, der Marc, der wurde jetzt gerade so ein Businessman, fast wie so ein Papier sieht er aus, ähm, gemacht. Mal gucken bei die Kamera. Ja, und, ähm, ja, und, ähm, ja, du bist jetzt ein Businessman, du bist jetzt so viel beschäftigt mit dem Smartphone und, äh, hier ein kleiner, hier ein kleiner Einblick, wie die Szene am Ende ausgesehen hat. Telefonieren war gestern mal, wenn du was willst, dann schreib mich doch an. Joa, und, ähm, Marc, bist du fertig? Wir gehen jetzt zum Set. Die Dose, ich weiß. Neue Location. Also, schwarz. Marc, jetzt. Was ist für cool, als das weißen? Schon wieder eine Kamera. Ja. Joa, wir sind jetzt hier, äh, an der letzten Location, ne, für den heutigen Drehtag und zwar hier, äh, auf der Dachterasse, äh, dieses Hotels, wo wir gerade gedreht haben und, kommt mal kurz mit, ich zeig euch jetzt mal was. Durchgehend online. Langsam wird auch der Kamerakran Gestalt an, die Bühne ist jetzt aufgebaut, Licht wird jetzt auch noch gemacht. Hier, die fleißigen Techniker. Roman, so ansehen. Ich hab mal eine Schuhe an. Fuck. Coop. Online, online, du, ich gehend online. Online, online. So, ich geh in online Guten Morgen, was geht ab? Mit Facebook beginnt mein Tag Smartphone raus, Fotos machen Das sind alles Jugendsachen Der Heiko hat gesagt, der ist schlecht Der ist abgelaufen Wie schmeckt der, sagen wir ehrlich? Ich ess nicht so oft. Du bist doch... Du bist doch eine Frau Ne, was? Ich geh auf Youtube, mach den Laptop an Die Online-Generation Klopft an Hallo Welt, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht beim Chatten stören Mein Tagesabbelauf Leute, wir werden überleben! Ja! Ja! Was für eine Reaktion! Alles so synchron, ja! Waren die überhaupt heute schon da? Marc und Sven? Ne! Ne und ich? Also hier Marc und Sven, die sind heute beim Dreh Wir sind auch ein bisschen dabei Wir haben Marc von BreakTV Und er von den Lochis Sven von Spring Oder Spring Reloaded Die ganze Links und halt sie nochmal Und die halt nochmal Die ganzen Kanäle zu den Beteiligten Personen sind alle nochmal in der Infobox Und später der AdCard Und man sich auch nochmal abchecken und so Und ja, wir drehen jetzt noch ein paar Sachen hier beim Green Screen Green Screen Und ihr müsst dann nachher was beim Auto drehen Aber ich ohne Scheiß, ich warte jetzt einfach mal meine Pizza Susanne ist die Pizza schon da? Echt? Wow Leute! Es ist etwas weltbewegendes passiert Ja, es ist etwas, was unnatürliches Killer Es gibt Pizza jetzt Ja, so Mittagspause angesagt Jetzt haben wir hier so Guck mal, guck mal Wir haben so ein ganzes Buffet Und den Joystick keine Schulde Doch! Ohne Scheiß Ohne Scheiß Ich bin jetzt der glücklichste Mensch auf diesem Planeten Ich hab so Hunger Warum filme ich doch? Ich esse jetzt Leute Warte, warte, warte So jetzt ein Pizzastück raus Hm? Und das Bis gleich Durchgehend Online Jo, das war's auch schon mit dem fetten Making of zu durchgehend Online Aber bleibt dann denn Ja, vielen Dank an alle die Comparsen und alle YouTuber die mitgemacht haben Ihr seid einfach alle super und sensationell und echt cool Das waren einmal Joyce Also von Joyce, ihr Kanal Sven von Spring Sven von Spring Marat von BrainTV Dann natürlich Rundfussball Rundfussball Also Lucas Rundfussball Ähm M-Tutorials Also Alex und Marvin, die auch noch ein Video gesehen habt Vielen Dank an euch, ihr seid echt cool Und Leute, checkt einfach alle Kanäle ab Und abonniert sie auch Es ist kein Spaß, da kommen auch gute Videos Und ja, wir hoffen euch hat das Video gefallen Beziehungsweise auch das Musikvideo Kauft euch das ganze Ding bis Diesen Freitag noch auf Also bis Freitag Ziemlich Schatz Bis dahin auf jeden Fall auf iTunes, Google Play, wo immer kaufen Danach gerne natürlich auch Und ähm Verteilt das ganze Ding einfach ein bisschen, es wäre echt cool Es war echt so aufwendig Und so Ne, es war einfach mit Abstand Das aufwendigste Projekt Was wir überhaupt hatten Und das kommt ja auch echt gut bei euch an Da sind wir auch selbst froh So über Ja und wir sehen uns wieder nächsten Samstag Wie jeden Samstag am kommenden Samstag Wie gesagt, diesen Samstag sehen wir uns wieder mit einem neuen Video Und bis dahin, checkt die ganzen Kanäle von der anderen ab Ciao Bude Ich bin schon schlafen, ich bin schon müde Ich glaube ich schlafe jetzt auch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal